hallo und herzlich willkommen bei RedDogGamble ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute haben wir Gans of Glory ich habe es mir gerade runtergeladen und jetzt werde ich es starten ich glaube ich hatte da schon mal gespielt ich bin mir nicht ganz sicher das ist glaube ich so ein Spiel was ich nicht mochte wo ich die Stadt aufbauen musste und dann ringsherum überall Feinde sind aber mal schauen das werde ich ja gleich sehen ein bisschen müde gleich arbeiten ja das war sowas hier ist meine Stadt hier ist ein Feind und wo noch naja auf jeden Fall ringsherum sind Feinde ach da ist noch mein ein den ich damals angefangen hatte finde ich auch gut eine Allianz war ich auch ok mkp 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 mkd mkp 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 Schauen wir uns erstmal einen Briefkasten an, was hier so alles ist. Ah, nee, das brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Weg. Eine Stunde und 39 Minuten habe ich für das noch. Das ist bestimmt abgelaufen. Oh, nee, läuft doch. Sammeln, schön. Festung des Muskeltiers, löschen, die habe ich eingesammelt, also jetzt löschen, 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 sammeln, ja, Gold, hunders nur, hm. Gleich schauen wir mal, wie weit ich in meiner Festung bin. Ah, die darunter sind alle abgelaufen. Abgelaufen, schade, schade. Also irgendwann letztes Jahr habe ich das noch gespielt gehabt. Hunders, jetzt noch einmal. Wunderschön. So I'm not going to be able to do that. So I missed Die Benohnungen laufen noch die beiden, muss ich mir allerdings erst das Video anschauen. Gegenstände Benutzen 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 dann bauen wir mal meine Stadt weiter gratis auf es geht ja eigentlich ganz schnell aber meine Zeit müsste soweit ich weiß auch gleich wieder abgelaufen sein da ist es schon dass meine Zeit abgelaufen ist ich probiere nochmal schnell alles soweit zu verbessern weil wir schon die halbe Zeit nur verbraucht um meine Post anzuschauen und ich würde jetzt wenigstens noch kurz ein bisschen alles aufbauen ich habe das falsche verbessert ich trottel ich trage mich aus ich trage mich aus Was war das? Vierte, Zwei Bieste, Königreich. Ja, okay. Ein Wehrwolf ist da. Angreifen, Marsch. Gehe ich mal wieder rein. Vorher war die Sache nochmal schnell an. Und Level 4 schaffe ich den auch. Level 2, Level 4. Ach, darf ich nicht. Aber ein Level 2, Marsch. So, das wird der letzte Angriff sein. Und danach werde ich mein Ticket mir abholen. Und in einer Position kämpfen, schießen. Und was wir noch alles können. Und gewonnen. Jetzt noch schnell warten bis wir zurück sind. Ich kann immer noch gratis verbessern. Na gut, das war es erstmal für heute. Ich denke mal, es geht jetzt noch ein bisschen weiter mit gratis. Ich werde jetzt noch schnell ein bisschen was machen. Und dann denke ich bestimmt, das wird... Oh, nee, morgen nicht. Ich denke, das wird nicht morgen gezeigt, das Spiel. Na ja, das werden wir mal schauen. So, ich hole mir das Ticket ab. Und ich sage schon mal Dankeschön. Und viel Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.